Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oberbotschmidt, Dano, Blocke, Freezy-Konan und Xleer, Alex. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Hallo. Ich hab jetzt erstmal Freezy den Seniata geglaubt. Oh toll ey, wenn nämlich jetzt. Oh Gott. Ach hier, ich nehm die heiße. Ne, ne, Kiebenschaden. Ich bin noch dabei. Wie geht das denn? Oh Gott. Jetzt haben wir nen Tank umrande. Aber wir können auch wechseln, wenn du willst. Nö, Alter. Der Gruner ist schon wieder. Hier ist alles egal. Ja, jetzt bin ich fertig mit Essen. Ey, F1, um Hilfe zu sehen. Wie kann ich das wieder ausmachen, die Hilfe? Mit F1? Das können die nicht ausmachen. Alter, ich bin grade besser gewesen als du, ja? Mach mal was. Du hattest ja auch Soldier, den 0815, ich treff alles. Hattest du nicht, Soldier? Ja, hatte sie auch. Ich hatte eine einzige Runde, Soldier. Okay, das geht los. Spiel noch Ball. Okay, geht los. Wee! Au, scheiße. Angriffen. Chego, ich dachte du spielst ranked, wo gehst du denn lang? Ja. Was für ne Taktik. Ja, mitten durch die Mitte. Man geht links hoch. Der erste Clash ist links. Einer schön low. Ja, das ist ja auch wahrscheinlich jeder Silberbereich. Eisenmann steht da. Nee. Warte mal, was spielen wir hier eigentlich gerade per Modus? Also wir müssen den Spot halten. Weil ich mich grad irgendwie bewegt hätte. Mein Ohrjuck, das ist unfair. Das ist unfair. Unfair. Oh Gott. Mein Ohrjuck. Ich war eh nicht in meinem Mech und irgendwie hatte ich noch... Hey, nicht in mein Gesicht explodieren hier. Ja. Oh Gott. Du hast das Pay2Win hier. Ja. Nein, das ist uncool. Okay. Das ist alles Pay2Win. Was, was, was? Die Widow ist low. Sind alle low. Die Widow ist low. Da oben haben wir. Ich bin auf dem Spot. Nein, ich wurde gejunkered. Ne, wie heißt der dicke Typ? Ach, keine Ahnung. Ich sag einfach... Ich sag einfach... Ich sag einfach... Das passt immer. Roadhouse. Los, los, los. Ei-Kugel in der Mitte des Raumes, wenn noch nicht voll ist. Oben drauf ist wieder einer. All die bauen's voll rum, ey. Wie warst du das denn? Das ist meine Heilkugel. Ach so. Ich bin der bessere Senjata. Deine Bobo-Sachen. Mach sie doch geil. Mach sie doch geil. Loll, da hab ich Comic-Cards gemacht. Das war nicht gut. Achtung, Hans-Ulti. Alle ausweichen. Oh nein. Wir waren nicht so viel, ey. Heilkugel im Raum. Das war aber knapp, ey. Das ist doch richtig knapp, ey. Hans-Ulti. Aber Widow steht oben links noch. Oh. Bindomaker. Nein. Bindomaker. 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 Ich bin der Letzte. Damit bin ich tot. Alex, mach sie weg. Ausrücken. Warum bespätigen wir die Zeit über Pay2Win? Oh Gott. Und Red. Was? Reugt euch meinem Willen. Was ist das denn, ey? Was schürzt du mal da oben? Haben wir hier irgendwie Heilung? Wir sind immer noch... Ja, scheiße. Jetzt ist grad Damage. Ah. Ich frag dich mal nix. Was ist das denn, ey? Der hat hier vorhin in die Ecke gedrückt. Das ist Meura. Das ist Meura. Das ist Meura. Das ist Meura. Oh, der Meura ist so cool. Mist. Die kann ein Charakter so gut sein. Auf dem Spot ist einer low. Ja, hab ich. LOL. Kasper, alter. Fünf Goldmedaillen, Meura ist unterwegs. Ah, ich mach's noch. Oh, das ist rund. Mein Gott. Was ist hier? Alter, alle bei mir hier. Keine Ahnung. Los, wir haben's gleich. Okay. Nein, ich will nicht mehr. Yeah, easy game. Am Ende hat mir noch einer die Kills geklappt. Der Alex, ey. Dauert dann. Bewiesen. Wieso sieht man... Achso, ja. Was hast du jetzt wieder für eine Frage? Wieso sieht jetzt dein Best aus? Wieso sieht dein Best aus? Weil das Spiel noch nicht zu Ende ist. Das ist voll unfair. Dein Spirit wäre nicht Play of the Game gewonnen. Moira wäre Play of the Game. Nein. War da eine... War da überhaupt eine AE... Multi-Kill bei? Nein. Außer der Doppel-Kill. Der Doppel-Kill. Das ist doch kein Multi-Kill. Ne, ich hab drei hintereinander einmal durchgebracht. Eihihi. Troll-Falter. Warte mal, Killstreaks. Vier sogar, ja? Ja, Killstreak ist was anderes. Was ist denn eine Killstreak? Einfach nur, wie viele Kills hintereinander so zu sterben. Da hab ich übrigens zehn, du boh. Das ist doch unfair. Direkt mit Rust-Negg. Gibt nur eine Geschwindigkeit. Und zwar meine. Für dich immer noch Sir. Was ist das denn? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Da ist nur ein... Bärenfalle. Ne, da war einfach was im Weg. Oh! Der Rodeau. Oh Gott. Boah, Alter. Rodeau. Das hat nicht. Das ist der einzige Name, ich kenn' ich glaub' ich. Spray's am Rodeau. Ja, aber wer ist Rodeau? Ja, genau. Der mit dem Hut. Der mit dem Hut. Ja? Was machen die da? Hey! Jetzt fiel zu wenig mein D ein. Weil ich vergessen hab, dass ich das hab. Was? Heilung, Freezy. Lauf mit der Kugel mit. Ah, scheiße. Ich will auch Heilung. Hilfe! Nein, nicht wahr. Super Kugel. Wo soll euch der Sand? Das war, wo Antus. Aber ist auch vom Blizzard. Hä? Mach die Masse, die Slow. Nur da. Achtung! Backfree geht auf! Nein! Ich werd geköpft! Oh, doch nicht. Zieh doch jetzt endlich! Ist es in der? Ja, er hat gezogen. Hab ihn. Das ist eure gerechte Strafe. Das ist mein Wille. Nope. Aua. Nope, nope. Heilung, Heilung. Uuuut! Auut! Irgendeiner spritzt mich mit irgendeinem Zeug an. Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Du bist vous moderate! Du hast das Spiel nicht geschafft? Gib mir doch lieber die Holze. Ja, mach auch ein E3, ey. Meine Fresse, ey. Nein. Hilfe, ich komme hier. Komm dran, bleib stehen und jetzt folgt der Heilkugel. Da kommt ne Witgenmacherin. Eine Fenstermacherin? Ja, genau. Irgendeiner grillt hier, glaube ich. Ich grill, ey. Das sind die Grills. Jetzt gehe ich hier schon wieder. Tracer ist auf dem Spot. Wo ist die? Er hat mich auf dem Visier, Leute. Tracer down. Bit of Maka ist da oben noch. Ja, schon. Die Fenstermacherin. Ich bin auf dem Spot, Heinkugel. Könnt alle gerne folgen. Ja, voll. Gut gespielt. Sagt er mir gerade als Belohnung. Du überhaupt nicht, ey. Du wirst geboostet und rennst zurück zum Spot. Zwei Gold. Zwei Gold Glocke. Ich dachte, der hat keinen gekillt damit. Das war gerade das zweite Mal. Oh, Eier. Glocke beschwert die ganze Zeit. Und der Fisi. Und der Fisi. Ne, ne, ne. Ich hab ihn gekillt. Hier. Alex, überhaupt keinen... Immer dem Heiler. Ja, Alex. Aber er hat nur den letzten Prozent Kill-It-Sists. Hickidi, hickidi. Oh, das habe ich natürlich nicht gesehen. Dann würde ich sagen, schau bei einem vorbei. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Leblab. Tschüss. Tschüss.